Hallo Captor7-Fans, hier aus Dänemark im Winter kalt, aber den perfekten Neoprenanzug und Captor7 darunter angezogen die richtige Funktionswäsche ist ideal für mehrere Stunden auch im Winter auf dem Wasser. Wir fotografieren hier einige Sportler von uns und begleiten sie beim Wintersport. Also auch was für dich zum Ausprobieren. Vielen Dank für's Zuschauen!